Bevor sich jetzt vielleicht einige von euch wundern, warum es von dem Jota VX SA3 und eben auch PA3 II Versionen gibt, dann liegt das einfach daran, dass ich mit der längeren Version im Prinzip schon zufrieden bin, aber selbst für meinen Geschmack habe ich dort ein bisschen zu viel geredet, ohne wirklich mehr auszusagen. Also ihr werdet dort mit Sicherheit ein paar mehr Details bekommen, auch im Vergleich mit anderen Verstärkern, aber ja, das Ganze habe ich mich hier in kurzer Hand entschieden, werde ich einfach runterbrechen auf das wirklich Nötigste, damit ihr euch das als Bonus ansehen könnt, aber nicht antun müsst. Okay, kommen wir jetzt zum Jota VX SA3, das ist der Verstärker und der PA3 ist die Endstufe. 450 für den Verstärker, 350 für die Endstufe, ihr müsst nicht beides kaufen, allein der reicht schon und vorab sage ich schon mal, dass der absolut empfehlenswert ist. Für die Ausstattung, für den Preis ist der Klang allererste Sahne, klasse. Und eben als Kombo, wenn ihr mehr Leistung haben wollt, ist das schön. Ich werde in erster Linie auf den eingehen, allerdings komme ich noch kurz zu dem Vergleich mit eben der Kombo. Fangen wir kurz mit der Fernbedienung an, echt schön. Sie ist ergonomisch, sie liegt gut in der Hand, gute Gewichtung, klasse Druckpunkte, super Empfang, allerdings zu viele Tasten, die man gar nicht nutzen kann, da sie für den Netzwerkplayer gedacht sind, den es nicht gibt. So, von den Anschlüssen, die ich euch einblende, müsst ihr einfach für euch entscheiden, ob das genug sind. Also ich denke mal, die analogen sollten passen, auch zwei digitale sind schön zu sehen, wobei ich halt hier wirklich gerne noch einen zweiten optischen gesehen hätte, da ich Coaxial selbst die nutze. USB-Deck wäre dann absolut genial gewesen. Dafür gibt es dann allerdings noch Bluetooth-APTX in Form eines Extension-Port-Dongles. Da könnten rein theoretisch eventuell noch bessere Standards folgen mit weiteren Donglen. Ob das wirklich passiert, weiß ich nicht. Deswegen, ein bisschen mehr Anschlussvielfalt wäre noch cooler gewesen, aber ihr habt eben zum Beispiel Subwoofer, doch Priat und so weiter. Also die meisten Leute sollten hier gut bedient sein, gerade eben, weil das eben ein Einsteiger-Verstärker ist. Übrigens möchte ich jetzt schon zum Klang kommen. Und da sage ich, dass ihr für die 450,90 Euro Watt bekommt, Class A, B. Und das ist ein echt klasse Klang. Das sage ich so jetzt einfach schon mal, der bietet mehr als genug Leistung. Und deswegen, nicht umsonst, zeigt eben Hi-Fi-Pilote die Ecstasy Divine Alpha auch im Demo-Raum mit dem hier. Und die wurden echt gut angetrieben, die Klangklasse. Ich selbst habe fünf bis sechs Lautsprecher damit getestet, klangen alle wunderbar. Keiner wirkt, der hat aber nicht genug Leistung bekommt. Wenn ihr mehr braucht, dann gibt es eben noch die Endstufe. Aber so wie das war, war das schon wirklich schön. Eine sehr, sehr schöne Räumlichkeit. Und ich will das jetzt nicht allzu blumig beschreiben, aber relativ neutral. Mit vielleicht einer leichten Hangrichtung, warm im unteren Bereich. Allerdings sonst durchweg sehr, sehr natürlich, unverfärbt und eben sehr, sehr naturgetreu. Einfach das wiedergeben, was ihr bekommt. Und das macht ihn in meiner Meinung nach so universell einsetzbar für alle Lautsprecher. Denn ihr könnt ihn im Prinzip an alles dran schließen, ohne dass der eigentliche Klang des Lautsprechers verfälscht wird. Wollt ihr eventuell vielleicht zu eurem Lautsprecher was Helleres, was Wärmeres, was Mittenbetonteres, dann gibt es Alternativen. Und gerade wenn ihr öfter mal Lautsprecher wechselt, dann ist es eben so ein neutraler oder sagen wir mal flexibler, allgemein einsetzbarer, wirklich von Vorteil. Weil ihr dann eben nicht unbedingt noch den mit einberechnen müsst, im Vergleich zu was die Lautsprecher eben bieten. Es ist ja allerdings einer, der sagt, ich habe nur das Lautsprecherpaar und für den möchte ich den optimalsten. Dann gibt es vielleicht ein paar passendere Lösungen. Aber dadurch, dass der eben alles abdeckt, macht der alles sehr gut. Und jetzt könnte man natürlich sagen, klar, der kann alle gut betreiben, aber nichts wirklich sehr gut. Also ich glaube, die haben die Balance richtig gut getroffen zwischen alles abdecken und alles sehr, sehr gut. Und das gerade eben für den Preis. Deswegen spielt der Lautsprecher natürlich in der Kette immer noch die größte Rolle. Aber das ist eben das, was man eben Enhanced haben will. Und bevor ich zum Vergleich mit ein paar anderen komme, ganz kurz noch zu dem PA-3. Wie ich den in Kombination sehe, ist folgendes. Er bietet im Bassbereich, würde ich mal sagen, etwas weniger Fülle, Wärme. Er ist zwar kräftiger, schneller, aber auf eine Art sogar softer. Und ich beschreibe das einfach mal ganz kurz so. Nur der SA-3 macht eine Bühne, die ungefähr so ist. Also die hüllt einen so ein bisschen vom Bass ein und wird dann vorne rum ein bisschen enger. Und dieses hier wird so ein bisschen nach hinten ins Eck verbreiter. Das heißt eben, dass dadurch das Ganze ein bisschen, nicht bassärmer oder einfach bassschwächer, aber ein bisschen Richtung neutraler geht, ein bisschen die Wärme weg ist. Allerdings die Tiefe wird ein bisschen besser. Und die Bühne ist ansonsten schon gut, aber die wirkt einfach ein ganz kleines bisschen offener. Ob ihr das wollt oder nicht, ist natürlich eine andere Sache. Genauso auch wie die Betonung im Grundton. Denn der Grundton wird ein bisschen betonter. Das heißt, Stimmen wirken ein bisschen breiter, kräftiger, allerdings eben leicht präsent. Und das war eben das kleine bisschen, was für mich den Anreiz macht, den PA-3 als Kombo noch dazu zu kaufen. Denn wenn ihr den SA-3 nutzt, werdet ihr euch absolut nichts vermissen. Der klingt so, wie er ist, schon absolut schön harmonisch, gleichmäßig und super relaxed. Aber in der Kombo, gerade mit den Lautsprechern, mit denen ich ihn genutzt habe, die alle tendenziell ein bisschen wärmer waren, wurden einfach die Vocals noch ein bisschen präsenter, allerdings allerdings zu präsent zu sein oder zu breiter oder sonstiges. So ein ganz kleines bisschen. Wenn ihr das gar nicht haben wollt, wenn ihr es ein bisschen voller haben wollt, wenn das teurem Lautsprecher besser passt, dann kauft nur den. Und ihr habt ja jederzeit noch die Möglichkeit, die Kombo nachzukaufen. Aber, wenn wir schon von der Kombo reden, muss ich eben auch teurere Konkurrenten erwähnen, die ich hier im Test hatte. Und allzu viele Verstärker habe ich noch nicht getestet. Das waren so 5, 6 an der Zahl. Aber um nur mal auf die paar wichtigsten zu kommen. Mein Cambridge Audio Azure, knappe 1.500 Euro. Gibt es mittlerweile für 1.250 Euro. Ziehe ich die 800 Euro Kombo dem mit Sicherheit vor. Nicht nur, weil der Azure keine digitalen Anschlüsse hat, hat der einfach so ein bisschen fast schon zu legeren oder zu lockeren, relaxten Bass. Ein bisschen starke Mittenbetonung, was jetzt mit meinem Lautsprecher nicht ganz so gut harmoniert. Und hat einfach nicht die Präzision, nicht die Kontrolle, die Neutralität, diese Harmonie, die die Kombo hier hat. Und weil es halt ein AB ist, klingt einfach so schön natürlich, so musikalisch, was zum Beispiel einem Nuba, Nuconnect MX ein bisschen fehlt. Denn digitale Endstufen hat ja auch leistungsmäßig keine Probleme. Hat mehr Eingänge, hat allerdings keine Ausgänge, was mich ein bisschen stört. Hat ein bisschen mehr Flexibilität, indem ihr mehr, also ihr habt einen parametrischen Equalizer, ihr habt noch ein Einmesssystem wie iPad usw. Und bietet der schon mehr, auch wahrscheinlich mehr Flexibilität. Aber am Ende des Tages ist das nicht genug, um eben den Klangunterschied aufzuwerten. Denn hier muss ich sagen, der klingt einfach AB. Der klingt einfach nach dem AB. Der andere klingt nach dem Digitalen. Und auch wenn die Digitalen bei weit nicht mehr so klingen wie früher, klingt der einfach angenehmer. Und anders will ich das gar nicht beschreiben. Ich könnte jetzt versuchen zu sagen, ja räumlicher, ja mehr Fülle da, mehr, spielt keine Rolle. Der gefällt mir einfach besser. Das ist für meine Ohren. Das ist vielleicht messtechnisch was komplett anderes oder an bestimmten Leistungsendstufen, wo er da vielleicht andere Schwächen zeigt. Ist mir egal. Er hört sich angenehmer an, er hört sich musikalischer an, er hört sich einfach besser an. Heißt nicht, dass der Nubot schlecht ist. Wenn der von den Anschlüssen und alles das, was er macht, euch passt, ist es auch ein wirklich schönes Ding und auch sehr, sehr universell einsetzbar. Dann hatte ich den Denon, den weiß nicht was genau, 150 HA, kostet 1200 Euro. Hat natürlich die Vorteile, dass er Chaos bietet. hat natürlich eben auch digitale, ist schön klein, sieht schön aus, hat eine sehr gute Fernbedienung, aber auch der digitale Endstufen, auch sehr neutral, muss ich sagen, aber hat halt auch nicht ganz so dieses super allgemein oder ja, allround einsetzbare Musiker. Das ist eben so eine Sache. Also manche sagen, ja der ist extrem neutral, manche sagen, der hat so diesen typisch britischen warmen Charme. Ich sehe es irgendwo so dazwischen, so leicht tendenziell warm, aber sehr, sehr angenehm, sehr, sehr detailliert. Ihr vermisst hier absolut nie irgendwas, es geht nichts verloren, aber es wird auch nichts dazu addiert und so weiter. Also wirklich ein schönes Ding und der einzige Grund, wieso ich mir wahrscheinlich nicht die Combo kaufen werde, ist, dass ich ja nach dem Einsteiger Verstärker gesucht habe für zukünftige Tests und das ist eben dann der SR3. Denn für 450 Euro ist das noch Einsteigerklasse und das vom Feinsten. Mit der Combo wäre es für mich zum Testen einfach ein bisschen komplexer, würde die ganze Sache verkomplizieren, wenn ich da immer eben Brücken müsste, dann müsste ich eben zwei verschiedene Soundstufen testen, wobei der Unterschied jetzt nicht so groß ist. Aber um die Sache einfacher zu halten, um das eben eher als Einsteiger, ja, Testkriterium zu halten, ist der SR3 das geile Teil. Und als YouTuber definitiv deswegen die Wahl, wäre ich ein ganz normaler User, so bis in den sogar Mittelpreisbereich, wäre das so mein Endgame, müsste ich sagen. Also ich rede von Lautsprechern, denn der kann locker alles bis zwei, zweieinhalb, dreitausend Euro betreiben. Vielleicht nicht mit maximaler Potenzialausschöpfung, aber dafür ist er halt auch sehr, sehr günstig. Und als Combo könnte er wahrscheinlich sogar noch deutlich besser. Also ich muss sagen, ich bin echt mächtig angetan von den Dingern. Ob es jetzt einzeln oder als Combo ist, der Unterschied als Combo ist jetzt vielleicht nicht so dreistisch, wie manche sehen oder meinen könnten, denn ich möchte nochmal klarstellen, die Unterschiede, gerade die ich klanglich beschrieben habe, sind minimal. Und wenn ich jetzt nur den höre, dann würde ich nie sagen, das was der hat, das hat der nicht. Sondern im direkten Vergleich fällt dann einfach auf, der ist, zumindest mit den Lautsprechern, wie schon gesagt, die ich hatte, ein bisschen passender. Das kann wiederum mit anderen Lautsprechern in einem anderen Raum und so weiter ganz, ganz anders sein. Aber, dass der mit irgendeiner Lautsprecher-Raum-Combo nicht funktioniert, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ansonsten war es das. Falls ich irgendwas vergessen habe, wie schon gesagt, ein paar mehr Details bekommt ihr in dem längeren Test. Ansonsten lasst mich auch hier wissen, falls ihr noch Alternativen habt, weil gerade ich zum Beispiel noch ein Project My App da habe und ich suche was mit dem USB-Deck, ich suche was mit ein bisschen mehr Flexibilität von den Anschlüssen und so weiter, das ist jetzt nicht wirklich großartig mehr wie 1000 Euro kostet. Also wenn ihr da was habt, lasst mich wieder wissen. Wenn ihr Links zu dem, zu der Combo haben wolltet, die gibt es in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, liege bei der Hälfte der Zeit und das ist schon mal ein Erfolg. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.